Je mehr Wellen man da gegangen ist und je mehr Bestätigung ich für meinen eigenen Weg habe, desto mehr Selbstvertrauen habe ich dann in meinen eigenen Weg, desto mehr Auftreten habe ich und desto mehr werde ich dann auch genau diese Wertigkeit auch verkaufen können. Und verkaufen heißt wiederum genau dorthin bringen, wo diese Wertigkeit gebraucht ist. Es ist, wenn man es auf ganz großer Ebene sieht, wirklich ein wir heben uns gerade gegenseitig auf eine neue Höhe eben für diese neue Menschheit.